Am Montag heißt es hier auf YouTube wieder Endlich Montag. Und ich möchte mit euch diesmal über Meinungsfreiheit diskutieren. Wie weit darf Meinungsfreiheit gehen? Gibt es da überhaupt eine Grenze? Manche meinen ja, man sollte alles sagen dürfen, egal wie extrem oder wie abstrus eine Meinung auch ist. Andere wiederum sagen, bestimmte Meinungen haben in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Genauso ist es ja auch mit Sprüchen oder mit Witzen. Da sagen manche, das ist sehr lustig und andere wiederum sagen, naja, das geht zu weit, das ist diskriminierend, das ist rassistisch, das ist frauenfeindlich und so weiter. Also ein Thema, das sehr interessant ist und da gibt es sicherlich viele Meinungen und ich verspreche hier in Endlich Montag ist jede Meinung akzeptiert, egal wie abstrus sie ist. Am Montag ab 21 Uhr hier auf YouTube. Am Montag ab 21 Uhr hier auf YouTube.